Mir gefällt an der Hochschule unglaublich gut, dass es eigentlich kein Geld kostet und das finde ich einfach unglaublich, dass man auch wirklich mit wenig Geld oder aus dem Beruf studieren kann. Das ist eigentlich ein riesengroßer Pluspunkt an der Hochschule Kempten. Man macht sich oftmals viel zu viele Gedanken. Ich glaube, man muss sich darauf zukommen lassen und es wird alles. Man braucht keine Angst haben. Die ganzen Professoren, die ganzen Dozenten sind alle sehr wohlwollend und die helfen einem wirklich weiter. Mein großer Lebenstraum war zu studieren und da ich von der Pflege komme, dachte ich mir, was mache ich denn da nun? Und darum bin ich, habe ich mich für den Gerontologischen und Pflege- und Therapiestudiengang beworben und wurde natürlich auch angenommen. Das ist einfach toll, dass es einfach ein Teilzeitstudiengang ist. Das heißt, ich kann nebenbei noch arbeiten. Früher war ich Altenpfleger oder Pflegefachkraft und war eigentlich im Altersheim, in den Pflegediensten umher und dachte ich mir, das kann doch nicht das Ende sein vom Leben. Ich muss nur irgendwas machen. Ich bin eigentlich noch so auf dieser Orientierungsphase. Vielleicht kommt noch ein Master, das möchte ich noch draufsetzen, weil es mir unglaublich gut gefällt, das studieren und ich kann da auch hinterstehen und sagen, das ist was Tolles. Ich kann es auch jedem empfehlen.